Und die großen Sprachmodelle mit Chat-Eingabe, die gerade der große Hype sind, im Moment sind Chat-GPT und Lambda en Vogue, aber ich bin mir sicher, in dem Moment, wo Sie das hier anschauen, hat sich das schon wieder geändert. Aber die Basis dieser großen Sprachmodelle mit Chat-Funktionen sind große Sprachmodelle und dann wird typischerweise mit menschlicher Kraft diese Chat-Funktion drauf trainiert. Das heißt, Menschen schreiben Anweisungen an die Systeme, schreiben mir ein wissenschaftliches Papier zur Photosynthese oder schreiben mir ein Geburtstagsgedicht, schauen sich dann den Output an und vergeben Sternchen oder Schulnoten oder Ähnliches. Und so trainieren die Systeme nochmal mit einer anderen Art zu lernen, das ist das Reinforcement Learning, das verstärkende Lernen. Lernen Sie quasi diesen letzten Schritt, wie kann ich den Nutzerinnen und Nutzern die richtige Antwort geben, das sogenannte Preference Training. Und nach diesem Preference Training macht man typischerweise noch ein Harmless Training und Harmless Training bedeutet, dass man den Modellen abtrainiert, auf sensible Inhalte ungeeignet zu reagieren. Wenn man zum Beispiel die Systeme fragt, wie man Bomben baut oder Ähnliches, dann lernen Sie darin wieder von Nutzerinnen und von Crowdworkern, wie Sie sich aus der Frage sozusagen herausreden können. Und dann am Ende werden diese Systeme typischerweise noch kuratiert, dann werden sie in eine App eingebaut, in eine Oberfläche eingebaut und so weiter und so fort. Aber was man sich merken sollte, die Funktionalität, die diese generierenden KI-Modelle haben, die kommt nicht nur emergent aus dem großen Sprachmodell, sondern da wurde eine ganze Reihe Handarbeit noch benutzt, um die Modelle zu dem zu machen, was sie dann am Ende des Tages sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017